So, herzlich willkommen liebe Leute zum neuen Part von Let's Play Super Mario Party. Beim Werftabenteuer. Ja, hier ist Krins Pur und ich tue erstmal ein Zahn absetzen. Du sollst deine Ehre absetzen. So siehts aus. Immer durchpaddeln. So, im letzten Part hatten wir uns Basse auch schon hier. Mal schauen, ob wir diesmal besser sind. Paddeln, paddeln, paddeln. Da ist, äh, Rosalina macht das nicht mit. Wir, wir haben mehr paddeln, wir haben mehr paddeln. Ja, ihr paddelt durchs. Ihr auch, hey. Ei. Nicht einschlafen. Nein. Alle im Eimer. Gib rüber. Ist ja lustig. Nimm. Ja, ach so. Du pedo. Du bist ja lustig. Du bist ja lustig. Nee, ich sehe ihn jetzt nicht. Komm fangen wir an. Wie ich auf dem Kopf hab immer. Ich hab die Kacke auf dem Kopf. Ich bin ein Töchner. Ganz genau. So, was haben wir gut wir sind? Oder nicht sind? Eigentlich ist, wenn die Paird dann genauso groß, dass das nur eins reinpasst. Was ist durchstimmen, um es reinzutun? Was ist jetzt richtig? Oh. Ist das Skumper dumm? Was das ist. Du bist ja lustig dabei, haha. Ich bin so lustig. Mann! Nein! Oh nein! Also kann's einfach unerdlich weiter. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist so. Das ist sehr lustig. Das ist so. Das ist so. ich bin es blöd dazu sieht's out wir halten uns gerne Rest dann ja wir haben keine Handlängsgelenkslaufe kack da hier oh Gott wir müssen das Ding einfach ganz töten oder wie alles mögliches hier toten gut fangen wir an und Kopfteffer bringt drei Punkte Kinderfreundlich gut fangen wir an aber Mario haben genug geübt wir müssen die alle töten klöten töten das ist ein Insider der muss getötet werden auf unseren Lanes du hast verkackt David ja den ersten hier ups auch den zweiten weißt du was es in der beste Rang jetzt gibt ich weiß nicht ich glaube wir kommen A-Rang das hätte besser sein können das hätte besser sein können vor allem von der anderen Seite aus ja in Ordnung wir verpassen diesmal nicht die Mini-Spiele was wie wo und weiter paddeln weiter paddeln Miststück was denkst du? mach es hier auf nah knapp 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 aber da Kiste was ach es kapier Teamwork ist hier am Start ich finde es ehrlich gesagt fast witziger solche Teamworkdinger als die an Das Spiel ist richtig witzig so weit Komm mal an Ja, ist richtiges Teamblock am Start Für uns ein Fremdwort Aber ganz ehrlich, diesen Modus Machen wir jetzt hier so lange, bis wir ihn einmal haben Und machen ihn nicht bei allen durch In diesem Let's Play, das wird so lange dauern Dann machen wir die anderen Modi Ganz vereinfacht gesagt Puste, puste Ich blase im Puste Du hast nicht komplett durchziehen Dann kriegst du nicht die meisten Du hast noch Seerang Wir kriegen 10 Sekunden Ja A-Rang wäre das Beste Ach so, die 2 durchgingen oder was? Offenlich Das war dumm Du musst immer reinpusten ins Gebiet Ja, ist mir auch voll aufgefallen B Das ist doch das Beste, sieht man mal Ich glaub keiner Puste ins Gebiet Nicht zu hart, nicht zu fest Ja, jetzt ganz hart Jetzt darfst du machen, dass du Bock hast Yeah Ich puste immer gern hart Okay, das hätte besser sein können Bist du selten so ein bisschen wie ich Oder was? Oh, wir sind es bei A Gut Oh, wir sind mehr als die Krone Du hättest viel besser sein können Cool Blöten auf A-Rekorde neuner Rekord ich habe keinen guten aufgestellt ich bin dachte auf der Nächstes umbringen okay bitte helfen Sie mir ich schlafe heute hier Leute guck mal, blaue Zeit wir sind viel besser als vorhin Na ganz ganz nach links Mädels paddelt gut ja ich habe irgendwie das Gefühl, dass es besser wird lehn dich mal wieder zurück, sonst hört man dich nicht das Spiel mach bereit das war ein bisschen kurios, aber irgendwie auch lustig das war dumm aber lustig oder ist was in der ich glaube, das ist wo denn das ist der Hände los wir kriegen S-Range ja, so gehört sich das 41 Sekunden mehr legendär es ist krass, der wie ja, Super-Range ja C ist das Letzte B also Super-Range das Zweitflächeste Super-Range ist das Geiste Nehmen wir diesmal die Schiebschäfte und dann wieder den Wasserfall äh, ich glaube, wir nehmen einfach mal Rest zum Ausprobieren was halt, ob es besser ist ich habe keine Ahnung oder wollen wir es ja wieder vormachen ja doch, wir machen es ja wieder vor wir wollen es verbessern die wilden Wasserpferde die wilden Wasserpferde ich a la, ähm mit der, a la Wasser so, da unten wieder Luftballons werden wir ihn nicht verpassen, oder haben wir ihn nicht verpassen? gut, ich mach jetzt ganz nach rechts zieh erstmal vor die Dinger und dann musst du ganz schnell ganz weit nach links weil das geht sehr schnell Dagegen, ihr müsst dagegen Machen wir doch ist zumindest oh lol viele Felsifahren ja jetzt oh komm jetzt na komm komm mal an du musst auch immer mitmachen, Vin 1, 2, 3 jetzt wir machen den Takt immer ja halt, wenn viele Felsifahren da sind das macht keinen Sinn ja ok Augenmaß jetzt 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 na fuck, wir müssen noch ein bisschen länger warten wir müssen genau jetzt 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 ist das ja es ist ja nice ja es kommt, sagt sich's grün wir sind halt viel besser wieder vor Hallo Vichy 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 einschlagen müssen werden wir es schaffen Junge easy immer wieder paddeln äh jetzt seh ich jetzt nix ob wir da ähm gut dann machst du es links gut perfekt ja ja wieder das lustige Kinder ich ich treib ich ich schick wieder unten rein in den Todestrakt nein wir sind keine Kinder in den Todestrakt die mögen sie sehr gern aber das macht eh keinen Sinn die konnten das erst googlen wenn die wissen was da Sache ist und das wissen die ihnen ist ach scheiß drauf ist nur ein Spiel so komm komm schick sie alle rum ich treib sie rein du treibst sie rein ja wie so ne Abwehrkurve so schick alle wieder rum so jetzt habt ihr jetzt habt ihr alle guck und ich steh hier so dann werde ich alle rein scheuchen oh die drei kleinen Problem Kinder die drei haben wir noch S ja wenn wir das stimmt wir sind einfach zu krassen wir hätten wie die drei das rein bekommen wir hätten keinen S gehabt das Spiel ist viel zu einfach das Spiel ist viel zu einfach weckert auf wie oft fickt die mutter wenn zu vieles heißt Kinder sind scheiße die ist halt so ne richtige Junge guck mal wir haben eine goldene Zeit unbesiegbar wir sind zu krass keiner will das gelten ne ne bisschen lässeln ruhig ein Fotos leiden gemacht komm jetzt geht doch mal weg da von der Wand du Ordnung ihr müsst mal ganz nach rechts also ich muss ne ich muss ne wir haben irgendwie unendlich Zeit oder was läuft da gerade ich muss oder ich muss ich muss ich muss ich muss ja was läuft da gerade wir haben unendlich Zeit oder so wir haben sehr viel Zeit aus dem jeden Fall ähm was kristalle ins Ziel tragen wie funktioniert das achso wir dürfen nicht von irgendwas getroffen werden achso ich verstehe wie es geht du schieb nach oben nach oben mach jetzt so gut wie es geht mach jetzt einfach so du hast da behindert gut fang mal an ich glaube jetzt wie es geht du useless da muss man halt Glück haben du musst halt drehen das fucking Rad ja das ist belastend aber so weit ist es gar nicht ja dann ist ja gut ne also schieben ich kann sagen dass jetzt viel gar ist dann machen wir das immer mit schieben und stoppen ja tolles ok ich kann ja dann raus Mist viel jetzt nach hoch 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 geht ich kann ja ich bin ja ich bin ich ja wieder ja 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 Ich hab noch meinen Controller gesucht Oh Achtung Oh Shit Von dir ging links Übelst viel Zeit Rests oder? Das letzte Mal sind wir auch links Ne wir sind auch Rests Rests, Rests, Komm Paddel, Mädchen, Paddel Kannst du uns auch immer so gut Oh Shit Haben wir grad wirklich unlimited Zeit Oder was läuft? Wir haben extra Zeit Da läuft keine Uhr ab Doch, bist du blind? Nein, ich mein in diesem Außending Ja, weil wir so viel Zeit haben, als dass die da ablaufen könnte So, ähm Tendenzial sind wir jetzt hier richtig Ja Das, wir sind so viel krasser als vorher David Ich schwör's dir Wenn du sie da verkacken Aber erstmal wär's besser so sein Ach, wir sind jetzt eh die Ersten oder wie Ja, danach werden die Bots Dann wird's dann einfacher Danach werden die Bots einfach rein Reikutschieren Gut, komm, wir schaffen jetzt erst Das wär dieser Stroess Los Duffelloff, ist ganz einfach Du hast einfach eine Strecke Ah, ist ja kack dir David Oh Oh, Instagram Oh Shit So, komm, die machen eh keine Size Das sind Bots Also Balance hier ist nicht so meins Nicht so meine Stärke Das ist die Frage Werden wir trotzdem einen runterfallen noch S Er tut es Oh Shit Wir sind die S-Boys Die Sexy Boys Yeah Oh Shit, die Sexy Boys Zocken Leute Zocken für S-Rang Leute Wenn ihr auch wollt, dass die Sexy, dass wir jetzt heißen Sexy Boys zocken Nein Nein Damit werde ich dich nicht mehr besuchen Ich werde dich nicht mehr besuchen Ich schwör's dir Ich werde mich vergraben gehen Joa Links Ja, wir haben eh viel Zeit Aber wir trotzen Wir gegensteuern Joa Bisschen wieder gegensteuern Vor allem von denen Joa Läuft Viel gegensteuern Ne, da kommen wir nicht drauf Vergiss es Nehmen wir den nächsten wieder mit Wir haben eh übermäßig viel Zeit Los Und da sind jetzt General links gelaufen Ähm So, ja, na Das hat immer nur eines, das ist scheiße Ähm Wir machen Ne, da wissen wir nicht Egal, machen wir den nächsten Wir haben eh übermäßig viel Zeit Ich würd grad schon sagen Wir sind so viel besser als vorher Wenn wir nicht gott sind Dann weiß es auch nis ja so jetzt gehen wir links und die wieder genauso dem Stuntkleisten mit dem Stuntersen wieder vor und da ist mir irgendwann verreckt ne nein Balloon 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 ja ja den Palma an Balloon all right ja ich will mal schauen ob wir jetzt wieder es bekommen was in 3 Sekunden gegen 40 gut fangen gleich an das was mal passiert ja für dich jungen kennen wir schon den's heißt kämmen wir so eine easy da so gut das gut ist die Bots sind leicht zu überreden dass die einfach die die Dingensklaven machen die Knopfklaven gib mir danke nein nicht Knopf ich bin sozial der Bot ist verwirrt da ist noch einer ohne warte gut da kannst du jetzt mal schließen bleib du und tull das macht nix ja immer noch eins wir sind die sexy Boys ne sagt das so jetzt noch einschlagen dann haben wir 43 Sekunden noch extra ergattert wenn wir so krass sind super Raft Abenteuer easy abgeschlossen zweiter Versuch im ersten haben wir hier gestruggelt mit irgendwie 25 Sekunden da fragt man stopp 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 hier gibt's kein stopp doch mein dicker ist runtergefallen wir wollen nicht wieder das in der halbe Softdrinkflut entsteht wie mein gewisser das player Kollege der vorhin fand er über die ganze bar verteilt hat das war selbstverteidigung die habe ich angegriffen weil wir sind jetzt hier irgendwie verreckt und da sind wir gestorben ja außerdem das geht doch hier ist nur eine Hindernisse warum habt ihr gerade so krass dagegen geschreit ich weiß nicht weil wir dumm sind äh ja ne machen wir mal so da da ist mal was ähm wir machen so Rest stopp das musst du ja jetzt ist da unmöglich dran zu kommen nein so jetzt das gut oh mein Gott was oh Gott ok ich sehe sie ich sehe sie alle achso oh nein oh nein ich nehme die ich nehme die ich nehme die da falsch was falsch Falsch oh hupsalala du Stück ok fangen wir direkt an und lass das Ärger auf uns agieren wir haben so viel Zeit ganz ehrlich David siehst du die Karten merke dir einfach eine davon und sag dir welche ich nicht nehmen werde ich werde nicht äh nimm die ganz oben links ok jetzt probier's merke dir wo sie hinkommt die blieb da doch liegen die blieb da liegen ja die blieb da liegen so geht doch geht doch so jetzt merkt sie dir nimm die ganz unten ja ja weißt du was hier ist ja du da Junge ich glaube 3 muss man haben oder so wir dürfen keine Wahl schaffen dann haben wir definitiv S ich glaube 1 durften wir vermutlich ist ja vielleicht ist denn die ganz links ok äh meinst du ganz rechts oder ganz links links beim Mario gut die blieb da oh Gott ich weiß wo sie ist ach du Gott ich glaub hier ja jawoll aber ich glaub kommt noch alles durch was du willst ja eine kommt hast du ach der ist das ich merk's nicht hier ich bin wieder ganz links in die Mitte ich kann es sehen mit meinen Augen auf justice so ich glaub wir haben sie ja gerade gesteckt ja wunderbar wir sind so krass ich leg es leg es leg es im Ernst Aperbo Bosa der Gubba hat guckt er rumhüpfen ja ich kann nicht klatschen oder so ich kann auch rumhüpfen gute frage ich mal gucken wie ich mich einklatsche stimmt mit der 10 ich lass mir eine vor die Stirn gehen stimmt ich überlebt beide ohne facepalm also also was kommt jetzt von lustiger Spass gut da unten ist mal ein Ballon gut da musst du jetzt der läuft er flieht er läuft rest rest links gute Sache ja natürlich das heißt jetzt hin ja scheiße es gibt's lohnt im Talon äh probier mal die Musikdinger einzusammeln ihr müssts ja wunderbar wunderbar jetzt kriegen wir keine Dinge ins Merk ja wieder die Kinder anzusammeln komm fangen wir gleich an Kinderkatz also der Part ist vielleicht ein bisschen länger aber weil jetzt schaffen wir halt auch der darf der Part länger sein ah wirklich was hat die Mutter gemacht hier dass sie so viel Kinder hier hat im okay wieder nach links schick die Kinder ich schick sie alle rein fast alle die Ausziehung ja aus ist ich habe die Problemkinder es sind immer so 3,4 denen es reingeht das sind die sozialinkompetenten das kennen sie alle das sind die Förderung zum Problemkinder an der Zeit in der Schlitterdapel das fällt um Junge Junge die klauen uns in Science Ess jetzt geh doch rein du salzfuhr oh Gott hast du gerade gesagt nein ich hätte die Mutter nicht so aus Spaß gehabt dann würde ich mal so für Kinder aufpassen und ich bin übelst aus dem Pingu kennst du Pingu? Pingu in the city nein Pingu ist der 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 wir gehen links einfach weil links geil ist ja das ist nicht der links mysteriöses Ding unter Wasser finde ich echt nice ok Geist du glaubst besser oder? ich glaube der Rest ist besser wir sind immer besser ich glaube das wird das belastend ja wir haben belastend gewonnen ah fuck Klamix flucht das ist halt nicht geil ist egal was Klamix macht wir haben gewonnen ja stimmt wir haben noch oh nein was müssen wir machen wir haben einfach 220 extra ähm extra ähm Minuten zu den normalen ui yeah noch mehr ja aber wenn wir es bei allen machen wir machen wir direkt wenn wir es bei allen machen müsste machen wir direkt wenn wir es bei allen machen müsste wäre es übelst ätzend was meinst du bei allen bei allen zielen mal raus kommen muss um das komplett zu haben das ist belastend das wäre echt belastend aber wir machen es es sind am ende nur vier ziele es sind am ende nur vier ziele also so schlimm wird es nicht vielleicht machen wir den Rest mal so off screen aber für das lp machen wir definitiv nur eins sonst wird es auch so langsam ja nur leicht gut nicht ganz weit hinter ja so ja du hast raus wir nehmen mit du Klinchi du kleine Wurst Klinchi Da Vinci Klinchi Da Vinci ja ist ver- lol ich weiß hier dass das Thema uns ist äh wot so machen wir nicht viel nicht viel ja ja noch mehr noch mehr ja ruba 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 ich glaube hier bekommen wir nach langen snap mal wieder A und sind nicht mal die sexy boys andersher hat es 165 kommen das bekommen wir hin ja wenn du keine scheiße brauchst mal jetzt schon hier ja wir haben S du brauchst scheiße ist gut aber wir haben schon S ja wir haben wir sind wieder die sexy boys voll verkackt aber wir haben schon S ja wir sind wieder die sexy boys ja so schön oi das alles ja neuer Rekord sexy boys das war das voll an wie so eine Sendung die mal nachts auf Sport1 läuft alle oder ne boy band wir gründen ne band ne band ne sexy boys yeah boy das ist die neue ähm you sexy boy wir sind besser als One Direction oh du schild was macht die denn ach so die äh der macht hier kleiner hilfst uns korrekt auch ach du heilige wir uns rüber kommen musiknoten aber wir nein scheiße ist mir eh verkrackt Norbing wir haben überhaupt nicht verkrackt wir haben gewonnen stimmt haben eh was hat sowieso gewonnen oh shit plus 10 Sekunden brauchen wir richtig alter die plus 10 Sekunden ist ein echte lebensräter vor uns ja aber wegen dienst heißt zum glück haben wir nie die schieb schieb verwendet joa wir sind bald da ne komm auf die alle Bullshit Carmack ich will nochmal hübsen also komm mach hier ja und wir sind am ziel glaube es ne über 200 du alter das muss man auch immer schaffen ne mal wir schauen nicht mehr wie gut im tendo waren jetzt hätten wir es ja das hat meine adresse gut gemacht yes we have easy ja ich glaube für das ganze der P muss man einfach alles hier freis halten aber das machen wir nicht das ganze alles so beenden joa war doch ganz nice ne ja gute sache jetzt bin ich auf ein neues Spiel gegangen ja komm nein stopp jetzt hier halt stopp zurück zu Partyplaza ja das war es mit dem Partybeleute im nächsten geht es mit einer neuen Aggression weiter weil wie gesagt für das LP belassen wir es bei dem machts gut bis zum nächsten mal und ciao los sch